Dr. Christoph Matter, auch von der Klinik in Testo, wie Frank Seibold. Ich freue mich sehr über die Thematik Biosimilars, das Biologica. Er wird uns da sicher viele Details dazu geben und anschließend gehen wir zu der Tagerunde. Viel Spass. Herzlichen Dank, lieber Bruno. Ich muss sagen, ich bin enorm beeindruckt, wie viele Leute am Freitagabend hier erscheinen. Es ist offenbar wirklich ein wichtiges Event und es sind wichtige Fragen und in diesem Sinne Fakten und Sachen, die wir miteinander diskutieren möchten. Von daher ganz herzlichen Dank, dass ihr alle am Freitagabend hier seid und hierherkommen. Bruno, ganz herzlichen Dank, dass du das organisiert hast, dass wir hier sein dürfen und miteinander diese ganz spannenden Vorträge zusammen anschauen. Ich würde euch gerne ein paar Sachen zu den Biosimilars erzählen und auch zu Biologica. Ich möchte mit mehreren Fragen diskutieren. Was sind Biologica? Was sind Biosimilars? Warum überhaupt Biologica? Warum Biosimilars? Funktioniert das? Hat das für mich einen Benefit? Geht es mir nachher besser? Sind die Medikamente wirksam, die Biosimilars? Und dann möchte ich euch eine Zusammenfassung noch geben. Es ist schon ein wenig fortgeschritten, eine Stunde. Keine Angst, es wird nicht ewig gehen. Ich fasse das relativ kurz zusammen und möchte euch eine kurze Übersicht geben. Zuerst mal, was sind Biologica? Der eine oder andere von euch sind sicher schon mit Biologica behandelt worden. Biologica der Gesetze rechts oben. Inflixmab, zum Beispiel Adalilumab, Ethanercept, Zremicade oder vielleicht Humira, das Enbrel, das jetzt nicht gastroenterologisch gebraucht wird, aber das hier sind zum Beispiel Biologica. Biologica werden gebraucht für die Behandlung von chronisch entzündlichen Darmkrankungen, Morbus Crohn, Colitis Osterosa, aber auch von rheumatologischen Krankungen, Arthritiden, Psoriasis zum Beispiel und zum Beispiel auch für Krebsenkrankungen wie auf der rechten Seite. Sie werden hergestellt durch in diesem Sinne veränderte lebende Zellen von Bakterien, Hefen, Säugentierzellen, werden diese biotechnologisch hergestellt und nachher in eine Medikamentenform gebracht. Ihr seht jetzt hier mehrere Medikamente, die ihr vielleicht zum Teil kennt, zum Teil wenig Ibuprofen, ein Schmerzmittel, sieht, wie klein das ist. Es ist ein kleines Molekül, synthetisch hergestellt, dann sieht er in der Mitte das Insulin, das Eiweiss und ist das erste Biologikum, das hergestellt wurde, biotechnologisch durch Hefen und Bakterien hergestellt ist. Und er sieht auf der rechten Seite Antikörper, wie gross sie sind, das sind komplexe Eiweiss, die biotechnologisch mit Hilfe von Säugentierzellen hergestellt werden. Was sind Biologica? Und Biologica, bei Biologica weicht herstellungsbedingt jede Scharge von anderen ab. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch vielleicht noch Remikate gehabt hat, sagen wir 5 oder 10 Jahre oder Humira, was interessant ist, das ist nicht das gleiche Remikate oder Humira, wie der 5 oder 10 Jahre vorher gehabt hat. Das heisst, weil das lebende Zellen sein, die in einer Art Reaktor bebrühtet werden, die Scharge voneinander abweichen, also es ist nicht identisch. Ihr seht, Remikate ist schon lange dabei. Ihr seht, die Daten sind lang, 25 Jahre, 1998 ist das eingeführt, ist das vor der FDA, vor der amerikanischen Arzneimittelbehörden zugelassen worden. Und ihr seht, ihr EMA 1990 ist das Infliximab, Remikate ist schon dabei. Ihr seht, lange Daten für die Medikamente, für verschiedene Indikationen und ihr seht auch lange Daten, was Sicherheitsaspekte angeht in verschiedensten Situationen bei älteren Leuten z.B. aber auch in Schwangerschaft, da haben wir wirklich bezüglich der TNF-Alpha-Inhibitoren wirklich lange Daten, was für uns in der klinischen Praxis enorm hilfreich ist. Ihr seht hier die Übersicht, was haben wir überhaupt für Werkzeuge, was haben wir für Biologika, das sind eben Teil von unseren Werkzeugen, die wir jeden Tag brauchen, in der Sprechstunde, die Sie zum Teil sicher schon kennen. Ihr seht das Zimtia, das Humira, das Adalilumab, das Golilumab, das Symponiz, das Infliximab, das Vedulizumab und das Ustekinumab. Es kommen, wie Frank Seibold schon erzählt hat, auch die Small Molecules, die Jack-Inhibitoren, kommen neu dazu, das sind die New Kids on the Block. Und es ist für uns, ist es auch nicht immer ganz einfach herauszufinden, welches Medikament soll man anbieten. Und da gibt es verschiedene Fragen, die wir uns durch den Kopf legen lassen. Eine Frage ist z.B. in dem Sinn, wie fit ist der Patient, wie alt ist der Patient, hat er eine Nebenerkrankung, hat er eine Herzenkrankung, hat er eine Herzinsuffizienz, hat er z.B. eine Arthritis, also hat er Gelenksentzündungen, hat er vielleicht eine Hautveränderung, hat er eine Psoriasis, eine Psoriasis-Arthritis, welche Medikamente hat er vorher schon gehabt, wie hat er auf die Medikamente reagiert, dass sie alles fragen, ob die Patientin vielleicht schwanger werden möchte, wenn sie schwanger werden möchte, dass sie alles fragen, die wir uns stellen, die wir nachher mit dem Patienten diskutieren und gemeinsam das richtige Medikament finden wollen. Und das ist ein Weg, welches wir gehen. Es gibt verschiedene Nebenwirkungen, verschiedene Wirkungen, gewisse Medikamente wirken aber sehr gut auf die Gelenke. Genau, eine kurze Übersicht zu den Biologika. Was sind Biosimilars? Warum überhaupt Biosimilars? Auf das gehören wir nachher auch ein. Es sind Nachfolgeprodukte, eigentlich Nachahmungsprodukte von Biologika, von Biologika, wo der Patentschutz abgelaufen ist. Ihr alle habt schon gehört von Generika, oder Generikum, oder das Generika mehrzahl, das sind Medikamente, die eingeführt wurden, sind Nachahmungsprodukte von synthetisch hergestellten Medikamenten. Also sobald der Patentschutz abläuft, gibt es Firmen, die nachher möchten Generika produzieren, oder? Und bei den Biosimilars ist das eigentlich mehr oder weniger genau gleich. Das ist sehr ähnlich. Es ist einfach nicht ein synthetisches hergestelltes Medikament, sondern es ist ein biologisch hergestelltes Medikament. Es ist ein Nachfolgeprodukt von einem biologisch hergestellten Medikament, von einem Biologikum. Man kann einfach sagen, kann man sagen, das Biosimilar ist ein Generikum von einem Biologikum. Genau. Biosimilars werden wie Biologika auch der lebenden Zellen hergestellt. Sie haben eine sehr ähnliche Struktur, die Biosimilars, wie ihr Ursprungsbiologikum, aber eben ähnlich und sie sind nicht gleich. Sie müssen aber bezüglich der Wirksamkeit und auch der Nebenwirkungen, sollten sie eigentlich ebenbürtig sein. Also das heisst, wenn ihr ein Biosimilar, zum Beispiel vom Remikate, bekommt, sollte das eigentlich, was die Wirkung angeht und auch was die Nebenwirkung angeht und was die Sicherheit angeht, sollte es ebenbürtig sein, wie das Ausprungsmedikament. Und er sieht jetzt hier die Auflistung. Er sieht in dem Sinne die 14 verschiedenen Referenzpräparaten, die Biologika und er sieht die 40 Biosimilars. Er sieht, das ist in Anführungszeichen eine Liste, die am Explodieren ist. Also es gibt sehr viele Firmen, die mehr oder weniger daran arbeiten, Nachfolgeprodukte ständig zu machen von diesen Biologika. Genau. Und das ist gar nicht so einfach, die Übersicht zu behalten. Jetzt stellt sich die Frage, warum überhaupt Einsatz von Biologika? Bringt das überhaupt etwas? Warum macht man das? Warum bekommen die Remikate? Warum Humira? Warum vielleicht Zimtia? Warum macht man das und bringt es das überhaupt? Und er sieht hier, das ist ein altes Bild, das aber immer noch gewisse Gültigkeit hat. Und er sieht hier, mehr oder weniger auf der einen Seite hat er die Zeitachse, also das ist in dem Sinne die X-Achse, und auf der Y-Achse hat er mehr oder weniger den Schaden am Darm. Die Überlegung ist eigentlich, dass man Schaden abwenden möchte, Schaden vom Darm, Schaden vom Patienten abwenden. Und die Überlegung in dem Sinne von Biologika, die Überlegung ist, dass man eine Art wie ein Window of Opportunity hat, wie eine Art ein Fenster, wo man eingreifen kann, bevor grosser Schaden angerichtet wurde. Und er sieht die Erkrankung mehr oder weniger mit den roten Linien. Das geht immer vorwärts. Und in dem Sinne der Schaden nimmt potenziell zu. Zum Beispiel beim Morbus Crohn im Dünndarm. Und er sieht, es können sich nachher Strukturen bilden. Warum das überhaupt? Überall, wo ihr Entzündungen habt, mit der Zeit gibt es Narbenbildung. Es gibt Strukturen, es gibt Ängnisse. Wenn ihr Entzündungen habt, kann es eine Veränderung von Schleimhaut geben, eine Dysplasie, also etwas Ungutes. Und die Überlegung ist, man möchte das verhindern, mit etwas, was Entzündung tut, hemmen. Und die Überlegung ist, man möchte Chirurgie in dem Sinne reduzieren, man möchte Strukturen, also das heisst, Verengungen möchte man reduzieren, wegen dem eigentlich der Einsatz diskutiert von diesen Biologika. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, die sieht insgesamt, das ist eine Folie, die schon gebracht worden ist, bezüglich der Inzidenz, die sieht insgesamt nimmt das stark zu. Die sieht eben im Westen, wie aber auch im Osten. Und mit diesen Fällen, die stark zunehmen, nehmen natürlich auch die Zahl in dem Sinne von der Biologika, die man braucht, zu. Die Frage ist in dem Sinne, die Biologika bringt es das? Sollte man das überhaupt machen? Hat die einen Effekt? Und hat man vielleicht einen besseren Effekt, wenn man etwas früher anfängt? Und man sieht hier die Daten, die vom Schreiber et al. im 2013 publiziert worden sind. Was man hier sieht, ist mehr oder weniger Einsatz früher zu Einsatz später. Man sieht in dem Sinne Patienten, die innerhalb von zwei Jahren vor Erkrankungsdetektion im Moment, in Anführungszeichen, das Medikament bekommen haben, versus die, die über fünf Jahre schon die Erkrankung gehabt haben. Mit dem Medikament Humira, Adalilumab, der Wirkstoff mehr oder weniger, der gegen Placebo untersucht worden ist. Man sieht, man hat die Leute nach 26 Wochen, nach etwa einem halben Jahr untersucht, auf der anderen Seite hat man sie nach ungefähr einem Jahr untersucht. Und man sieht, dass die Patienten, die weniger als zwei Jahre die Erkrankung gehabt haben, zum Teil in dem Sinn besser in eine Emission gebracht werden konnten. Das heisst, sie sind beschwerdefrei, sie hätten keine Entzündung gehabt, als die Patienten, die länger die Erkrankung schon dauert haben. Also die Überlegung auch, dass man möglicherweise früher einschreiten kann, möglicherweise grossen Benefit bringen kann. Genau. Frank Seibold hat auch schon auf das hingewiesen gehabt, dass bei gewissen Patienten man sehr, sehr früh starten kann, dass man auch darüber diskutieren kann, je nachdem das Medikament auch früher abzusetzen, in gewissen ausgewählten Fällen. Man muss sich bewusst sein, dass eben bei den Medikamenten, die wir hier drüber reden, Infliximab zum Beispiel, ein Biologikum, das aus Mausantigen gentechnisch hergestellt wird, dass die vom Immunsystem selber auch gesehen werden. Und das ist ein Problem. Die werden vom Immunsystem selber gesehen und dann zum Teil auch bekämpft. Da kommen wir hier auch ein bisschen drauf. Wir haben die Daten gesehen. Das ist eine sehr berühmte Studie, die sogenannte Sonic Study, die von Jean-Frédéric Colombelle im New England Journal of Medicine publiziert worden ist. Was man hier sieht, ist die alten Immunomodulatoren, das Aziotoprin, in dem man sieht, dass die Patienten die Kodi kosten in einer freien Emission nach einem halben Jahr. Da sieht man etwa 30 Prozent. Da sieht man ein bisschen, warum geht man so weit rauf? Was ist der Hintergrund? Erstens, man sagt, es wirkt. Man sieht, also Remi-Kate ist nicht für nichts. Man hat tatsächlich, den Leuten geht es besser. Also wenigstens einen substanziellen Teil geht es besser. Und wenn man es kombiniert offenbar, ist es noch effektiver. Und die Frage stellt sich auch, warum ist es effektiver? Und da ist eben das, was ich vorher erwähnt habe, mit der Antigenität. Das Mausantigen, das ist halt die Proteine, die wir haben. Und das Immunsystem sieht das und tut es zum Teil kaputt. Und was man gesehen hätte, ist eben, wenn man die Kombinationstherapie macht, dass sich die Antikörper weniger bilden. Und das ist auch ein limitierender Faktor bezüglich der Frage, die gestellt wurde im Publikum, kann man einfach aufhören mit dem. Die Problematik ist, wenn ihr einfach aufhört mit dem, ist die Problematik, dass das Immunsystem nachher das mehr bekämpft oder nachher zu einer Therapieversäge kommt und nachher das Medikament nicht mehr funktioniert. Und wenn man es nachher wieder einführen will, hat man relativ häufig in Anführungszeichen fast allergische Reaktionen. Auf das komme ich später noch. Hier seht ihr ein bisschen, was ist die Motivation der Biosimilar? Warum kommt das auf den Markt? Warum gibt es so viele Firmen, die dort in dem Sinne beteiligt sind und das vorwärts treiben? Und ihr seht hier die Zitate für Kanada. Ihr seht die Schweiz dort in diesem Dunkelrot dann im 2017 etwa 1,7 Milliarden. Im Moment etwa um die 3 Milliarden. Ihr seht, das verursacht. Also es braucht auch Geld in dem Sinne. Es gibt glücklich einen Benefit. Den Patienten geht es besser. Sie haben eine gute Lebensqualität. Sie können wieder an ihrem Sozialen, also interagieren. Sie können in ihrer Familie interagieren, in ihrer Arbeit können sie in dem Sinne, ja, sie können wieder normal arbeiten. Es gibt einen grossen Benefit. In dem Sinne, es kostet aber auch. Und wegen dem haben viele Länder, wo, Frank Seibold hat es angetönt gehabt, die in dem Sinne schwer haben mit den finanziellen Möglichkeiten, haben versucht die Kosten zu dämpfen und da kommen auch die Biosimilars ins Spiel. Genau. Und hier seht ihr es, oder hier seht ihr in dem Sinne die Verteilung. Ihr seht, in der Schweiz sind 25 Prozent, sie werden von Biosimilar geben und in der EU sieht das ganz anders aus. Es ist etwa 75 Prozent. Der Grund, warum wir so grosse Unterschiede haben, ist, weil lokal die politischen Abläufe anders funktionieren. Es gibt Spitäle zum Beispiel in Hamburg oder in Deutschland, wo mehr oder weniger die Vorgabe geben, dass Dökter nur noch Biosimilar dürfen. Oder die haben nicht eine freie Auswahl. Und in gewissen Ländern ist das auch so. Das sind also in dem Sinne nicht nur freiwillige, in dem Sinne, ja, freiwillige Wahlen, sondern es wird zum Teil einfach vorgehen. Wir hier in der Schweiz haben die Möglichkeit, als Ärzte für euch, mit euch zusammen, das Medikament zu finden, das wir finden, ist das Beste für euch. Die Frage ist, wie sieht es aus mit Biosimilar? Sind die wirksam? Funktioniert das? Sind die ebenbürtig? Um das geht es ja. Ich meine, die Überlegung ist ja, die Biosimilar, wie die Generika auch, die sollten wirksam sein, sollten non-inferior, also sollten nicht schlechter sein, sollten auch wenig, sollten nicht mehr Nebenwirkungen haben. Und wenn man die Daten ein bisschen anschaut, das ist die, die im Lancet publiziert worden ist, in Wohrwegen, die grösste, prospektive, randomisierte Doppelblind-Studie, die man gemacht hat über 52 Wochen. Und was hat man da gemacht? Man hat Patienten aufgeteilt, die auf Remigkeits waren, mehr oder weniger um eine stabile Situation gehabt haben, hat man mehr oder weniger aufgeteilt in zwei Armen, Remsima, das ist ein Biosimilar, und das Remigkeits, eben das Biologikum, das Ursprungspräparat, und hat geschaut, was ist nach 52 Wochen. Ist es non-inferior, also ist in diesem Sinne, Remsima, ist das nicht schlechter. Man hat ein wenig geschaut, was hat man für Patienten eingeschlossen, und man sieht verschiedene Indikationen, man sieht die Patienten mit Crohn, mit Colitis ulcerosa, mit Psoriasis-Arthritis, mit Psoriasis, mit Rheumatoid-Arthritis und Spondyl-Arthritis hat man eingeschlossen, und hier sind die Resultate. Overall hat man gesehen, dass das CTP13, das ist Remsima, das ist Biosimilar, dass das insgesamt nicht schlechter abschneidet als Remigkeits. Man hat gesagt, es darf die 15%-Limite nicht unterschreiten. Die Studie hatte zu wenig Power, um die Subgruppen in diesem Sinne wirklich klar zu zeigen, dass so in der Subgruppe genügend gut war. Das heisst, hier wäre es vielleicht sogar knapp für Crohn Remigkeits besser, aber auch wie gesagt, die Studie hatte zu wenig Power, um die Subgruppen klar auseinanderzunehmen. Hier ist es darum gegangen, wie sieht es mit Nebenwirkungen aus. In dieser Studie hatten sie drei Arme, sie hatten Patienten, die TNF-naiv waren, das heisst, noch nie ein Medikament wie Remigkeits oder Humira bekommen hatten. Sie hatten eine gesäute Gruppe, die schon einmal Remigkeits hatten, zum Beispiel das Antitenef, und dann hatten sie eine Gruppe, die man geswitcht hat. Das ist ein etwas unübersichtlicher Slide, weil ich es einfach zusammenfasse. Was hat man gesehen? Man hat gesehen, dass die Patienten, die schon einmal Remigkeits oder Humira hatten, und wenn man das dann noch erst gegeben hat, nach Jahren, nach zum Beispiel einem Drug Holiday, das heisst, man hat unterbrochen, man hat aufgehört, man hat Ferien gemacht von Medikamenten und hat es wieder gegeben, dann haben sie ein Problem gemacht. Wenn man es aber geswitcht hat, von einem Biologikum auf ein Biosimilar, dann hatten sie keine Probleme gehabt. Wir waren in Dänemark, letzte Woche ein grosser Kongress von der ECO, das ist die europäische Gruppe der Forschung für Corona und Colitis, und da seht ihr eine ganze Reihe von Studien herausgekommen, Daten von ECO letzte Woche. Es sind viele Studien zu diesem Thema gelaufen. Viele sind retrospektive, die Daten sind nicht so gut, wie wenn sie das in Zukunft machen würden. Ich möchte nur eine Studie herausgreifen. Das war in Kanada, in Montreal. Da wurde mehr oder weniger vorgegeben, dass man alle Patienten, die auf der Biologika waren, auf dem Ursprungspräparate, auf die Biosimilar und sie haben nachher geschaut, was passiert. Man hat von Humira, von RemiK, die Patienten umgeschwitcht, in diesem Sinne auf die Biosimilar, und hat nach Wochen 8, 12, 24 geschaut, ob gleich viele Prozent in der Emission waren, das heisst, ob es gleich viele Patienten gut ging, ob gleich viel eine gewisse Aktivität hatte. Und in diesem kurzen Intervall, oder 8, 12, 24 Wochen ist das nicht wahnsinnig lang, aber man hat dort keine nennenswerten Unterschiede gesehen. Was man gesehen hat, ist, man hat einen relativ grossen Nocebo-Effekt gesehen, das heisst, die Leute hatten Angst gehabt. Was absolut klar ist. Also ich meine, das war in diesem Sinne nicht freiwillig. Die Patienten mussten wechseln, die Doktor mussten wechseln. Und der Nocebo-Effekt, also wirklich in diesem Sinne, Placebo, das bedeutet, das ist eine Art in diesem Sinne, ein Placebo-Effekt, wo die Leute, die Doktor und die Patienten das Gefühl haben, das kommt wahrscheinlich schlechter. Der ist relativ gross gewesen. Wenn man aber die Taten angeschaut hat, hat man zum Beispiel das Kataldechtin keine wesentlichen Unterschiede gesehen. Die Frage ist natürlich, der hat die grosse Liste gesehen an diesen Biosimilern, oder der hat gesagt, wir haben 40 verschiedene, das können wir immer mehr, vom Remi-Kai, der sieht 25 Jahre Daten. Natürlich bei diesen Biosimilern sind die Daten weniger, der hat weniger Daten, der hat auch nicht auf die einzelnen Biosimilern so viele Daten. Und die Frage stellt sich dann halt, wenn man lange Studien hat, sieht man da gewisse Unterschiede. Das ist eine, die erst gerade publiziert worden ist, die wir gesehen haben unter anderem ECO-Kongress, wo ein bisschen mehr Patienten gesagt haben, die Biosimilern hatten, die dann eine Psoriasis entwickelt haben. Das ist eine Art Schuppenflechte. Ob das wirklich so ist, die Fallzahl ist nicht wahnsinnig gross, ist relativ klein. Das werden zukünftige Studien zeigen müssen. Also insgesamt um das Zusammenfassen, wir sind, genau, das ist etwa Fidelabachti. Biosimilern sind Nachfolgeprodukte von Biologica, die nach dem Ablauf und Patentschutz durch ein biotechnologisches Verfahren hergestellt werden. Die gibt es etwa seit 14 Jahren hier in der Schweiz. Es gibt 40 Biosimilars, 14 für diese Wirkstoffe und die bisher wissenschaftlichen Studien haben ähnliche Wirkungen gezeigt, bei ähnlicher Sicherheit im Vergleich zu den originalen Medikamenten. Aber wie schon gesagt, man darf nicht vergessen, man hat zum Beispiel, was Infliximab gibt, 25 Jahre Erfahrung. Sie müssen 25, das ist auch eine weitere, bei Markteinführung in der Schweiz, 25% weniger kosten als Ursprungsbiologikum. Man muss dazu sagen, das ist bei Markteinführung, wenn man zum Beispiel das Inflector vergleicht, das ist bei uns similar mit dem Infliximab, muss man sagen, dort haben sich Preise massiv angenöchert, weil nachher auch die Firmen, die die Originalpräparate anherstellen, es stark runterkommen sind mit den Preisen durch Konkurrenz, was sicher für alle Beteiligten hilfreich ist, dass die Medikamente die Preise oben runterkommen. Insgesamt in der Schweiz haben wir die positive Situation, dass wir die Wahlmöglichkeiten haben, dass wenn wir mit euch reden und diskutieren und schauen, wie geht es euch, was habt ihr für Pläne im Leben, was habt ihr für Medikamente gehabt, was habt ihr für Nebenerkrankungen, dass wir miteinander im Gespräch das Medikament finden, das wir zusammen am besten finden. Das ist eine gemeinsame Diskussion und eben die Umstellung auf ein Biosimilar kann nur gemacht werden durch euren betreuenden Arzt zusammen und es kann nicht also so sein, dass z.B. ihr in die Apotheke geht und dann heisst es, ja, ich finde jetzt einfach mal umstellen, das geht nicht. Das ist eine Entscheidung, die vom Doktor mit dem Patienten zusammen gemacht wird und das machen wir im gemeinsamen Gespräch. Mit dem bin ich schon am Ende. Genau, nochmals allen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr am Freitag gehalten habt, dass ihr hier gewesen seid und nochmals herzlichen Dank an Bruno, herzlichen Dank auch den Referenten, das war wirklich extrem spannend gewesen und ja, vielen Dank miteinander. Applaus Herzlichen Dank. Danke Bruno. Applaus 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 Prima